Tio Aachen, was bedeutet das für mich? Für mich ist es was ganz besonderes, weil ich bin noch nie dort gestartet. Ich freue mich total mit dem Team da zu starten. Ich war schon oft als Zuschauer da und ja, ich glaube, das ist was ganz besonderes. Definitiv die perfekte Organisation. Alles ist von vorne bis hinten durch geplant. Wenn es heißt, du bist um 14.03 Uhr dran und fünf Sekunden, dann bist du auch wirklich um 14.03 Uhr und fünf Sekunden dran. Als Highlight würde ich sagen in der Saison und ja, das ist ein ganz schönes Gefühl da reinzulaufen. Also da ist immer Top-Stimmung, Rappel voll die Bude, Sonntags-Nationenpreis. Das macht schon sehr viel Spaß. Aachen ist für uns auch, ja nicht Heimspiel, aber es ist ja schon das größte Event so in Deutschland oder auch auf der Welt und gerade für uns Voltigierer ist das natürlich auch auf dem Rheinland ist das natürlich was ganz besonderes. Das ist von der Organisation und einfach von der Atmosphäre doch besser als mein Championat oder Deutsche Meisterschaft. Das ist eigentlich das, wo jeder Voltigierer glaube ich von träumt, irgendwann in seiner Karriere mal einzulaufen. Natürlich freuen wir uns eigentlich auf das Publikum. Sehr in Aachen, immer eine ganz besondere Stimmung. Wenn man da reinläuft, die ganze Halle unterstützt einen. Ich habe noch nie einen Nationenpreis gewonnen. Sehr persönliches Ziel. Aber ja, ich finde schon, dass wir das als Mannschaft machen können. Ist ja schon eine geile Sache. Genießen steht da ganz groß im Vordergrund.